Yo YouTube, was geht? Jago Kickbomb ist wieder am Start mit einem weiteren Ranked Gameplay hier auf diesem Channel. Wie ihr auch schon am Topnail erkennen könnt, in der Runde mit Mobisti, Massi und Kubi, von dem ich leider kein Foto habe, weil er ist anonym von der Ecke, haben wir eine saftige S&D Runde erspielt und haben ein Back-to-Back gemacht. Beziehungsweise Back-to-Back-to-Back-to-Back-to-Back-to-Back-to-Back-to-Back. Keine Ahnung wie viele Wins wir an dem Tag geholt haben. Auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Streaming Day. Wenn ihr diese ganzen Streams nicht verpassen wollt, vergesst mich nicht auf twitch.tv slash jango kickdown zu abonnieren, beziehungsweise reinzufolgen. Mit einem Sub unterstützt ihr mich auch finanziell bei dem Ganzen, was ich hier tue, weil ihr wisst, die Miete zahlt sich nicht von alleine. Wenn euch der ganze Content gefällt, vergesst auch nicht den YouTube-Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Über ein Like und Kommentar freue ich mich ebenso, weil, du weißt schon, sonst... Ja. Komm. Komm. Das müssen kill sein. Ich hab Tunnel. Der Semptex ist unten aus, glaube ich. Ja, einer ist unten aus, passt auf. Direkt neben euch. Einer ist vor Tunnel. Dango, direkt neben dir, passt auf. Da kann die Tür aufmachen. Lass den double. Lass den rein. Boah, sorry. Vielleicht ist der oben. Vielleicht ist der gar nicht hier. Tunnel dead. Die ist keiner. Da, 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 da. Ander Markise, Kubi. Einer snipet Mitte. Ihr habt nur zwei Gegner. Ihr habt nur zwei Gegner. Einer snipet. Er ist von die, er ist von die A-Bombe. Von die, genau. Ich hab den einer in der Mitte gesnipet. Er ist in der Mitte. Kannst du blenden? Ja, ich blende. Er ist immer noch Mitte. Ich hab ihn gesehen. Mitte links. Pass auf, links von dir, ne? Ja. Kannst du Tunnel gucken von oben? Ein bisschen, ja. Ich kann mich nicht hinlegen, bro. Weg, ehrlich, hab ich gesehen. Ich spüre dir. Das war Shitpul. Sag ich ehrlich, für 1v2. Die haben auch Sandwich gemacht. Den hab ich gar nicht gehört, bro. At this moment, wenn ihr beide im Gebäude gewesen wärst, hätten die euch nicht klingen können. Ich konnt mich nicht hinlegen, ich hätt safe überlebt. Ich sag ehrlich, ich sag, da ist tapet einer. Mir geht's auch bestens, bro. Mir geht's auch bestens. Sehr schön, Tarko. Richtig und richtig. Mir geht's gut, bro. Alles bestens. Voll im Rank-Grind heute, Alter. Der eine snipet in der Mitte. Endlich Crimson. Ich hol den schnell. Aber ich hab Trophy, nein, nein, nein. Ich werf euch Trophy, das ist wichtiger, damit ihr ins Haus reinknallen könnt. Ich spiele slow. Ich hab Trophy, einer muss rein bei er. Ja, ich geh rein. Die kommen direkt unten bei der Tür rein bei dir. Musst du aufpassen. Mach die Tür auf. Oder ich mach die selber auf. Ich hab einen raus. Nice. Nein, Bro. Ich wurde genaded. Von mir komplett. Einer aus Mitte geht's, anderer rüber. Digga. Ich bin so ein Opfer, was er macht, bro. Schau mal, wo er ist, digga. In so einer Situation. Das war so mein Bad. Ich hätt den so rausgenommen da oben. Bitte guck mal, wie er spielt, bro. Höchst das Raffen, komm. Ja, ja. Ich snipe jetzt auch. Ich hol den in der Mitte direkt. Ich muss komplett wasen durchspielen, aber gar keinen Bock. Naded alle, damit die da nicht crossen. Naded alle. Ich auch. Ich auch nicht, ja. Bro. 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 Der wartet bei uns. Gott Eddy. Ich planete. Hab einer links durch. Einer hat mich von hinten geholt Jungs. Shocker ist bei uns hinten. Oh er snipet hinten. Er snipet hinten. Hier bei uns. Er piekt den gar nicht. Lass ihn nicht kommen. Nein nein. Ich guck drunter. Einer ist da unten. Close. Wer weiß ist. Der letzte war der snipet. Ich spiel auf Zeit. Siehst du von mitte die Bombe? Der ist gerade Ali zum Haus. Du musst die Bombe checken. Pick mich. Geh zum Busch und check bei. Ich sag dir wenn du checken sollst. Guck noch nicht. Bleib hier. Jetzt guck. Jetzt guck. Sehr stark. Big calls. Die hat mich nochmal runtergebracht. Ich glaub ich wäre wirklich eine Sekunde zu spät gegangen. Der hat ihn voll gechallenged ja. Er muss defuse und muss so eine Zeitung verschieben. Ja. BG. Digga der Typ der mich geholt hat ne. Er hat die ganze Zeit durch Wall. Musi abgamed. Die haben keine. Die haben nichts. Oder Dennis. Masi hat vorhin nur von dir geschwärmt. Er sagt sag mal Masi ich liebe ihn. Er ist Maschine. Los, los. Hinten. Hinten. Dead im spawn. Hinten. Wann abwegen. Ich komm hier jetzt nicht raus. Bei Blumen. Hinten. 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 Alle auf A. Ich hör zwei, drei Leute im Haus auf A. Einer kommt komplett Tunnel. Einer ist komplett Tunnel am liegen. Er kommt jetzt raus und einer platziert. Nix machen. Alles gut. James Bond City live. Ihr macht komplett Tunnel. Lass mal ein Comeback machen. Lass mal ein richtiges Comeback machen. 3-1. Alles gut. Geht mal einfach B. Habt ihr Daddy? Hat jemand Daddy von euch? Ich glaub nicht. Müsste haben. Passte? Passt. Passt. Nein. Hab nicht, hab nicht. Hat keiner von euch Daddy? Ne. Doch, was soll ich machen? Rechts, rechts. Geht's. Was soll ich rechts machen? Geht's. Rechts hier. Geht's hier. Du hast die Bombe gesichert. Was laberst du? Was soll ich mit Daddy? Ich bin dead. Auf B gehen, man. Auf B. Ja, der hat mich. Der hebt das ab. Mitte sniped. Soll ich A-Bomb bekommen? Wie wollen wir mit Hilfe? Ich hab einen bei auch. Sack. Ich hab einen bei B. Einer sniped hinten am Dings bei denen. Jo. Ich seh den. Auch dead. Ich geb hinten. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er O im Window war, Masi. O im B-Window. Ja, kann sein. Ich hab einen. Ey, er holt mich. Erstmal zoomen. Sehr stark. Nice. Puh. Sehr stark. Come on, Boys. Genauso Kubi. Ey, gehört das. Spend. Baby, Baby, A-O. Doch Dennis, du hast sehr sehr stark gespielt, Bro. Ich schwöre dir. Wir reden halt. Ich versuch's einfach. Ich knall einfach unten. Mein Trophy? Nein. Ohne. Gehst du unten A rein? Natural. Natural, ja. Hast du auch gerade gemacht. Ohne Daddy war komplett Ding. Ohne. Ohne. Nate stinkt. Ich bin Nate down. Oben, oben. Ohnei. Ich hab keine Treppe. Hinter mir. Hey, der ist andere raus. Von hinten kommt der rein. Dead. Zwei gegen zwei. Ich krieg alle. Ihr seid big chillen, Jungs. Das war Daddy. Ey, nehm. Hä? Beide, beide. Die andere hinten raus. Rot in der Maul. Ja. Er geht hoch. Die Treppen mit Daddy. Du hast auch Daddy. Das war die Nate. Die hat alles gefickt. Die ist nicht mehr gezündet. Ja, die ist gedeckt. Full auf sein Kaffer. Ach so. Deswegen hat er Damage bekommen. Komplett Gelnecht. Ja. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Der hat bestimmt wieder Trophy. Freut mich für dich, Broly. Du bist great, Bro. Du bist great. Der hat die gerade eben hier durch die Mitte geworfen, Bruder. Wie geht das denn, Alter? Du hast die Ladung gesichert. Du hast die Ladung gesichert. Eine Mitte selbst bei einer Tunnel. Eine Tunnel. Eine Tunnel. Eine Tunnel. Eine Tunnel am Haus. Und ein Haus rein. Stairs. 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 Nein, er hat mich gemästert. Er ist unten. Oh mein Gott. What the fuck. Massi, it's your turn, Bro. 3, 4, 3. Bruder. Was ist das? Er ist eine Minute. Massi ist disconnected. Nein, nein. Er hat gleich einen Daddy. Der wird da so sitzen mit Messern und wird versuchen, dich auch zu messern. Was soll er machen? Das ist ein Lebenssinn gerade. Nein. Schade. Er wurde es echt, Digga. Er lacht sich so kaputt, der Hund, Digga. Wie lässt ihr ihm das? Wie lässt ihr ihm das? Ich habe alles gemisst. Ich hatte keine Bullets mehr. Er kann auch sterben, Digga. Ich gebe ihm 3 Hitmark. Er stirbt doch einfach. Meine Sense hat nicht gereicht, mich zu drehen komplett. Alles ist gut, Jungs. Nichts ist passiert. Die Hölle ist passiert. Er gibt uns MoVV. Der hat Geltung, Digga. Er hat echt MoVV gegeben? Ja. Messer, Digga. Er hat komplett Amok gemacht. Wie zweimal One-Shot. Ich fasse nicht viel auf mein Leben, Alter. Ich glaube, das wird so ein B-Ding, Digga. Einer ist raus. Nein, das ist A. Late. Hörst du was im Haus? Ja, ja. Sehr stark. Ich habe B. 4 v 1. Ich habe B. Jetzt denkst du, Schocker, jetzt bin ich dran. Noch eine Minute. Noch eine Minute. Er hat 2B gestunnt, wenn du das nicht warst. Ich war das. Ich war das. Er gibt uns allen Daddy, das ist gut. Ja man. Mö, Mann. Fake Boys. Holy shit. ich komme an das stadt kommt man darauf muss die ich komme jetzt mit euch ich habe trophy wir gehen jetzt komplett einfach ein ich habe einen gestand noch er ist im haus ich höre ihn oder wenn ich euch doch dich du hast eigentlich ja hier ist haus er ist haus ich hab den zweimal gedrückt und dreimal war einfach nur dieser kolle damit die ihn einfach chillen sollte ja ich wusste ich bin ich bin ich werde ich werfe jetzt eine nette von mittel rein und dann komplett glatt weg versuchte ich zu watchen b ist das glaube ich oder b bei mir alle alle er geht jetzt raus in diese stellung er ist nicht in eine richtung in die andere stellung weißt du was ich meine in die letzte ich seh den nice hab den er muss genau zwischen euch sein kubi oh mein gott ich hab mich so erschrocken er geht a er geht a von elli hier sendeampa ich gar nicht kann da der he khoiert ich bin so ich bin habe ich bin ich bin ich bin 何 gehe du er ist oben links oder hinter der mauer es ist hin und höher staten ich glaube der ist psychisch krank auf jeden ist wichtig dass man direkt mit teams reingeht ehrlich sonst vergeudet man ganz viel zeit 80 grad gpu land das kann doch nicht sein habt ihr gesehen zusammen ist jetzt wohl zuerst